herr frank genau als ob wahrscheinlich noch ein paar blümchen dazu ist klar ja wie gesagt ich würde erst mal wieder nach hause gründeln weil ich glaube hier nicht erst mal montag nichts an weiß ich jetzt zwar nicht aber irgendwann wird sich schon irgendwie melden und sagen so hier es geht jetzt weiter mit der geschichte ich gehe jetzt mal wieder zum strand würde ich sagen können natürlich schon mal anfangen eine basis zu bauen aber ich glaube ich kann noch kein fundament und nix wobei ich jetzt gerade sagt fundament kann das sein dass ich das fundament auch noch mal scannen muss das kann natürlich sein das wäre natürlich noch mal eine alternative wenn wir mal irgendwo ein fundament finden und scannen dann könnten wir vielleicht doch schon mal eine basis bauen jetzt kannst du so bauen nicht so ganz also mir fehlt ja noch dieser wir haben noch nicht diese entwicklungs tool na warte mal mir fehlt ja noch dieses werkzeug ich habe ja diese ich habe ja noch nicht das teil womit du tatsächlich bauen kannst du brauchst noch diesen wie heißt das ding jedes was ich meine es gab ja noch dieses werkzeug mit dem tatsächlich bauen kannst das habe ich noch nicht ja genau dieses bautool habe ich noch nicht das habe ich noch nicht ja gut aber trotzdem werde ich jetzt mal nach hause gründen ich finde das sind ganz schön wenig schema da hier aber ich glaube das haben sie extra gemacht weil du hast ja keine raumschrift wo irgendwas abgestürzt ist wo du da die einzelnen items suchen kannst oder das haben sie natürlich nicht das heißt muss die items ziehen wir waren rat und weise finden und ich komme mache ich doch was wo ist das gerade sagt stasis stasis wo ist gerade sag gerade der sekunde stasis rifle 1 von 2 ja gucken wir doch hier gleich mal in der nähe vielleicht finden wir noch das zweite teil stasis rifle war doch immer das ist ja gut es ist halt offiziell halten gewehr und sowas gab es ähnliches gab es ja auch mal bei dead space man ich da gab es auch so ähnliches natürlich ein bisschen makaber ist nicht so wie in dead space war da gab es auch so was ähnliches wie stars ist das ist das ist auf jeden fall und so eine art stasis gewehr gab es glaube ich auch gucken vielleicht finden wir gleich hier noch das andere stasis gewehr also das andere schema noch 33 prozent hier ach so hier guck mal da war eine der der boxen die wir vorhin gefunden hatten da sind wir ja gar nicht so weit weg eigentlich sind dann hier auch noch mal die anderen items die anderen rifle teile was sie tatsächlich nur wieder bei der sind tatsächlich nur wieder bei der insel irgendwo auf der ecke ich werde da noch meinen schwimmen da müssen ja da irgendwo der nähe sein aber du musst kein fundament scannen um ein fundament zu bauen ok ja dann ist es so aber wie gesagt ich habe mir fehlen wir fehlen sowieso dann die teile dafür von daher sie gleit sie gleit ja 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 vielleicht hier oben vielleicht jungen auf der ecke stasis rifle find ich sowieso wieder nicht bei meinem glück und was bist du denn für einer moin bist du böse oder bist du bist so rock puncher ich glaube da hat uns einen von döns ich muss nach oben hoch und schock und schock ich will die auskennen ich will die auskennen oh tadaa 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 ist ich bin in ich weiß ich werde es ich werde gehen da war wohl jemand nicht so wirklich im used nichtsdestotrotz muss ich erstmal nochmal das zweite stasis teil finden erscheint wir sind todesgebiet zu sein ich glaube so sah das früher auch immer aus bei dem beim alten subnautica wenn sie ein biome noch nicht fertiggestellt hat dann war das immer hier so alles so schwatt oder soll tatsächlich so sein ich weiß nicht aber dann ist nur mal normaler supply drop ich will aber kein supply drop sondern ich will wissen wo ich will wissen wo hier das stasis teil ist muss doch irgendwo wäre noch wieder 20 prozent so ein scheiß ja ich weiß nicht ob wir da so runter sollten stasis stasis teil hallo stasis teil hallo 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 ich finde den kram meistens sowieso erst wenn ich es nicht mehr brauche dann tonnenweise also ich kann über diese kommen krebs hier ja ja ich schwirme mir nach oben ist ja noch so ich gucke noch mal kurz okay emergency supply cage das hatten wir aber ja schon mal gucken ich werde das mal ein bisschen anders einfallen damit wir mal ein bisschen klarkommen hier cargo rocket das hatten wir ja das können wir mal türkis machen da kommt noch ein supply drop den haben wir in rot aber auch in rot da waren wir noch nicht ok ja sonst muss uns gleich mal die supply drops man gucken ist das also daraus kann ich ja eh nicht brauchen ich brauche stasis stasis waffe stasis waffe stasi waffe hier na ist das macht das für das neues na gut das ist diese andere diese gravitations oder wenn ihr wie hieß sie noch nicht diese gravitationswaffe da kommt es doch glaube ich irgendwelche sachen mit weg schleudern ich glaube das glaube das war die sieht ziemlich so ähnlich aus ja 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 brauchen wasser wir brauchen wasser was wir momentan nicht haben ja na gut ich würde mal sagen wir wollen jetzt mal die supply sachen dann die sache mal wieder weg so 200 meter 300 meter sortiert mir schon eingesammelt ich schwimme erst mal dahin neun prozent noch ich brauche wieder neue batterien die gravity gun war über half life ja gravity ja ist natürlich nicht die gravity kann als nüter das ist nicht immer wie 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 ich muss irgendwo hier sein ich sehe die nicht nie ein stück weiter nach oben irgendwo dieser definitiv und aber ich sehe die nicht so blind ich muss direkt hier sein und nur drei prozent also können wir es mal wieder zurück schwimmen scheiße obwohl schönen tag oder guten abend da da soll sie sein exakt die soll im felsen drin sein ja okay ganz ehrlich ich sehe die nicht hier soll die eigentlich sein und die ist auch definitiv auf dieser ebene hier sonst wäre sie sonst leiser verstehe ich jetzt kann nicht mehr müssen wir weiter wir müssen eh weiter sonst schaffen wir das nicht mehr rechtzeitig ich würde sagen wir schwimmen da noch mal kurz hin in der hoffnung dass da ein bisschen was zu essen zu trinken drin ist und sonst müssen wir das gleiche mal ein bisschen was organisieren ich habe glaube ich zu hause noch ein bisschen wasser bevor wir nachher da sind es dauert nämlich auch wieder ein weilchen das sind auch wieder 300 meter und zu unserer basis auch noch mal wieder 300 meter zurück also das wird schon knapp genug aber die box habe ich gerade eben nicht gesehen also keine ahnung habt ihr sie gesehen auch nicht nach was ich habe sie hier nicht gesehen ich bin wirklich so dermaßen blind ganz gut Ah, was haben wir denn da? Habitatbilder. Na, siehste. Na, siehste. Da kommen wir doch der Sache schon mal nah. Da kommen wir doch der Sache schon mal nah. Das muss ich aber auch ein bisschen Stoff geben hier. Ach, 400 Meter. Das werde ich niemals schaffen. Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Da werde ich vorher lieber schön krepieren. Ja. Ich habe auch nichts mehr zu trinken dabei, oder? Scheiße. Ja, das werde ich nicht schaffen. Ich werde krepieren. Ich habe zumindest noch ein Medikit dabei. Also wir können uns vielleicht noch bis zur Basis retten. Vielleicht. Ach, scheiße. Jetzt haben wir hier natürlich dann auch... Luft kräht uns auch gleich aus. Tja, unter Wasser höre dich niemals schreien. Das sage ich dir. Ich werde mir gleich mal das Medikit erstmal reinpfeifen. Das können mega knapp werden. Ach, du Scheiße. 59, das könnte noch gerade reichen. Noch gerade so. Schwimm, schwimm, schwimm. Das ist natürlich dann auch blöde, dass man keine Batterien dabei hat, um dann halt seinen Seegleiter mal zu betanken, damit man vielleicht ein bisschen schneller zu Hause ist. Aber es wäre jetzt so einfach. Ich will ja auch ein bisschen Spannung bieten. Ah, noch 100 Meter schaffen wir noch. Oder auch nicht. Oh, das wird echt scheiße knapp. Oh. Na, das würden wir nicht schaffen. Der letzte Hieb. Und das 50 Meter vom Ziel. 40. Ach, verdammt. Ah, so kurz um Ziel. Ach, Mensch. Ach, verdammt. Ach,잘. Ach, verdammt. Ach, nee. Okay. Wir benutzen keine Worte in diesem Fall. Ich hatte ein Pett Barwal. Ich nennen ihn Ketchup. Keine Ahnung, ich nennen Sie mich nicht. Ihr könnt meine Seed-Code an der Spezies-Designation. Ihr könnt mich Al-Anne nennen. Ich habe meine ganze Leben für einen Spacepfering-Alien. Sie sagen mir dein Name ist Alan? Ist es nicht genug? Nein. Nein. Alan. Es ist perfekt. Lass mich über dieses Vessel sehen. You at your own risk. Ab hier wird es wohl buggy. Wahrscheinlich. Ah, das ist sehr ärgerlich. Was ist das denn? Scanner Room Speed Upgrade. Achso. Guck mal, hier sind die ganzen Teile. Können wir denn so ein Tool dann auch noch craften? Das sieht nicht danach aus. Starsis Rifle. Das ist ja ehrlich. Ja, das Bautool haben wir natürlich verloren. Das ist natürlich wieder klar. Propulsion Cannon und Starsis Rifle. Tja, das ist natürlich... Scheiße. Scanner Room Range Upgrade. Okay. Planned Shelf. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Wie komme ich denn jetzt wieder an so ein Baudingsbums ran? Hier können wir sowas ja nicht bauen, oder? Können wir sowas hier bauen? Aber dann hätte er mir das ja schon in Rezepten angezeigt. Mist, Mist, Mist. Das ist die Frage. Da 45 Meter. Die andere hatten wir ja. Die ist da hinten. Welche war das jetzt? Das war die, ne? Die in 470. Oder war das die in 338? Ich schwimme da nochmal hin. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können die nochmal looten oder so. Ich weiß es natürlich nicht, ob die resettet wird. Glaube ich persönlich jetzt nicht, aber kann man ja mal. Das muss aber die andere Kiste sein, die wir erst nicht gesehen haben. Aber wir sind glaube ich von der darüber geschwommen und von der dann dahin. Weiß ich nicht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Das gucke ich mir nochmal kurz an. Ich würde das dann so machen, dass ich mir die beiden Kisten nochmal anschaue. In der Hoffnung, dass ich vielleicht auch nochmal dieses Bautool da bekomme. Wenn nicht, ja dann habe ich halt Pech gehabt. Dann würde ich dann aber auch ganz gerne eine Pause machen. Eine kleine Pause, dann würde ich gerne auch noch was anderes spielen. Wenn ihr Lust habt, würde ich dann ganz gerne vielleicht nochmal in die Anno 1800 Demo reingucken. In die Beta. Wenn ihr Lust habt. Wenn ihr jetzt aber alle von euch sagen, ne, nicht so ein Scheiß. Dann würde ich mir vielleicht mal überlegen. Dann würde ich vielleicht mal was anderes spielen wollen, aber irgendwas anderes würde ich mir nochmal gönnen. Aber hier ist keine Kiste. Ist das vielleicht schon der erste Bug? Also ich sehe hier keine Kiste. Lust. Einfach nur Lust. So, erstmal ein Stack. Ah, das ist ja ärgerlich, wie so ein Scheiß Bautool. Dann war das Bautool aber da drin. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir das nochmal, dass wir das mal einsammeln können. Weil ich hätte schon ganz gerne nochmal irgendwann, vielleicht beim nächsten Stream, hätte ich vielleicht nochmal ganz gerne ein bisschen gebaut. So ein bisschen. So ein bisschen. Nicht übermäßig, weil das ist immer noch eine Early Access, da weißt du aber nicht, wann du nochmal neu starten musst. Aber das wäre echt ärgerlich. Ich kann mir auch, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die solche Sachen, warum die wegspawn können. So Material oder Essen trinken, das sehe ich ja noch irgendwo ein, dass man das verliert. Aber Werkzeuge, die du so nicht bauen kannst, verlierst du? Das finde ich ein bisschen mies. Es sei denn, du kannst dir nachher aufgrund der Schemata, die du hier so findest, in dem Areal vielleicht selber bauen nachher. Dann wäre es dann auch okay. Aber das wäre sonst mies, wenn wir jetzt keine Möglichkeit mehr hätten auf so einem Bautool. Habitatbauer heißt das Ding offiziell. Ne, ist schon geöffnet. Ist geöffnet die Sau. Open Storage. Ist doch geöffnet. Ne. Ok. Da steht Open Storage und es ist geöffnet. Ja, das ist natürlich nicht. Dafür ist hier noch aber ein Stückchen von dieser Impulskanone. Ne. Kannst du dafür auch 5 Euro im Store kaufen, ja. Das ist aber 5 Euro noch relativ günstig. Was ist das noch? Wollen wir mal so einen Impulskanone, naja. Lass sie nochmal liegen. Naja, wie ich schon sagte, wenn wir diese Schematas hier irgendwo noch rumschwimmen haben oder so, dass wir die nochmal scannen können. Vielleicht dann später den Habitatbauer dann halt eben selber nochmal bauen können. Dann wäre es ja nicht so das Dramatische. Aber ich will nicht hoffen, dass es irgendwie so ein Story-Teil ist. 30 Sekunden. Nicht, wenn man das Bautool ständig verliert, ja. Ja, aber dann kann ich es ja wenigstens, wenn ich die Rezepte dafür habe, dann kann ich es ständig neu bauen. Das ist dann ja schon mal nicht so verkehrt. So, ich schwimme dann so langsam wieder mal zurück nach Hause. Vielleicht finde ich unterwegs ja nochmal das ein oder andere Rezept. Scheiße, ey. Aber auch gerade dieses Bautool, gerade dieses dreckige Bautool verlieren wir. Und das ist 40 Meter von zu Hause entfernt. Mann, 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 Mann. Das kann auch wieder nur mir passieren. Das ist schon wieder so ein typisches, so ein typischer nordisches Stadt. Allerdings haben wir diese komische, wie heißt die jetzt nochmal? Propolution-Kanone. Also so eine komische Puls-Impulskanone. Die war eigentlich immer ganz gut. Das war doch, da konnte man immer diese, da konnte man immer diese Explosionsfische doch immer mit anziehen und so wegschießen. Das war eigentlich immer recht cool. Da konnte man die echt gut, recht gut mit Foppen die Viecher. Okay, dann kostet es 20 Euro. Ja, Frank, für dich zur Erklärung. Ich weiß ja nicht, wie du wirst, du kennst das Subnautica ja auch schon ein bisschen. Du brauchst das Bautool, um wirklich bauen zu können, um wirklich Basen bauen zu können. Insofern werden 20 Euro da schon eher passen, weil ohne das Tool kannst du gar nichts machen. Tja, das ist doof. Hätte ich mal eine Batterie noch hergestellt als Ersatz. Dann hätten wir es noch nach Hause geschafft. Dann wären wir dreimal so schnell oder viermal so schnell gewesen mit unserem Seegleiter. Und dann hätten wir es geschafft, weil zu trinken hatte ich zu Hause. Essen jetzt nicht, aber es wäre jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Trinken war ja das Problem. Scheiße du. Und dann ausgerechnet das Bautool muss weg. Ausgerechnet das. Was haben wir eigentlich noch verloren? Guck mal, das Reparaturtool haben wir auch verloren. So eine Scheiße, ey. Aber gut, das haben wir wenigstens als Rezept. Das können wir noch mal bauen. Das ist nicht so dramatisch. Das war ja auch jetzt nicht so teuer von den Herstellungskosten her. Ja, 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 ja. Oxygen, Oxygen, Oxygen. So. Das war mal ein Seegleiter, na? Seegleiter, das ist auch immer Seegleiter. Und nochmal Gravitation. Gravitation. Tja. Tja. Doof. Doof, 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 doof. Also falls ihr irgendwie Tipps habt, wo man sonst noch an dieses Bautool rankommen könnte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also auch speziell an die Leute auf YouTube. Weil ihr habt ja garantiert auch schon ein bisschen öfter gespielt. Ja, ist natürlich wieder. Ist ja wieder klar. Ist ja wieder klar, dass nicht das mir wieder passieren muss. Ja, gut, dann muss ich das mal privat nochmal spielen. Und dann spiele ich mich nochmal an diese, an den Spielstand heran. Und dann muss ich das mal so irgendwie privat spielen. Mal sehen. Könnte man sonst an einem späteren Zeitpunkt, könnte man das dann nochmal, könnte man dann doch nochmal weiterspielen. Jo. So. Gut, ich werde trotzdem nochmal speichern an dieser Stelle. Okay. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal auf YouTube vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt erstmal der erste Part von der Early Access, hattet ihr ja gelesen. Und der erste Part von der Geschichte, wir haben ja schon ein bisschen was gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dann schon jetzt so früh einen Teil der Geschichte schon aufdecken. Vor allem das, was bis jetzt schon verfügbar ist. Macht bis jetzt echt einen guten Eindruck. Ist natürlich alles noch sehr, sieht alles momentan natürlich noch sehr nach dem alten Subnautica aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da noch eine ganze Menge Content noch nachliefern. Ich hoffe es zumindest. Weil es wäre echt schade drum. Auch wenn das Spiel nur 16 Euro gekostet hat, diese Below Zero Geschichte. Wäre es trotzdem schade, wenn die es jetzt einfach dabei belassen würden. Aber ich denke mal, da wird noch einiges kommen. Man hat ja auch auf den Bildern gesehen, dass es da noch so einen komischen Motor hat, ähnlichen Wasserfahrzeuge oder sowas gibt. Oder für Inseln oder so. Also ich weiß nicht, wo man dann nachher drauf fahren kann, ob man dann so ähnlich wie bei No Man's Sky gab es denn so ein ähnliches Gerät. Da hast du auch so eine Art Bike gehabt und dann bist du dann mit schön dann an dem Bike war das nicht. Das sah aus wie so ein kleiner Grasshüpfer. Dass man sowas vielleicht nachher hat, um sich entweder auf dem Wasser bewegen zu können oder dann halt auf Inseln. Das weiß ich natürlich nicht. Muss man sehen. Hat mir auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also Subnautica macht ja eigentlich immer Spaß und von der Optik muss man ja auch nicht viel sagen. Hat sich das schon echt gelohnt. Und wie gesagt, für 16 Euro, da kann man schon mal ganz gerne zuschlagen. An dieser Stelle würde ich mich dann erstmal von euch verabschieden. Subnautica kommt natürlich dann, wenn ihr es natürlich hier seht, sowieso auf YouTube. Und dann sehen wir uns demnächst bei Subnautica wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.